Peng Peng Brawl Stars Gang! Uh, was genau? Willkommen zu einer neuen Runde Brawl Stars hier, ne? Ja! Charaktäne! Scheiße, man hat immer noch nicht raus, das wird noch so bleiben! Das beste Trio ist wieder am Start, Freunde! Letztes Mal alles gewonnen! Ja, ist so weit! Hey, ihr wisst, man darf nicht raus, deswegen abonniert diesen Kanal, dann habt ihr jetzt ein bisschen Unterhaltung hier bei uns! Ich hab auch richtig viele Boxen am Start, das heißt, heute wird auch bestimmt ein neuer Brawler gezogen, ne? Ich hab ja erst sechs Stück oder so... Du hast wirklich so wenig, Alter! Okay, Juwelijagd, Brawl, Brawl, Belagerung ist heute der Plan! Boah, okay, das ist der Suicide Squad, Alter! Ich schwör's euch! Dann hab ich auch die Zenita mit Zenita, Alter! Der war viel besser! Ich höre, wir müssen die mal bei Amazon finden oder so! Brawl Stars, schick und stil! Und den Creator Code wird da auch direkt! Scheiße, ich hab auch noch raus! Ach, die sind da los, die sind so los, die sind so los! Ha! 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 Ich hab mich gelopft! Oh! Bibi, pass auf! Ich hab lange zu sneaken! Nicht genug! Oh! Mein Gott, ich hab getotet! Ach, geht's! Ah, nicht so gut! Ah! Die sind so los! Die kann ja gar nichts! Ah! Komm, Bärchen! Ich werd sterben! Ah! Oh Mann! Wir sind so los! Okay, ich werd auch sterben! Nein, ich helfe! Ich helfe dir! Ah! Ich werd natürlich nicht sterben! Ha! Aber dein Bärchen! Ich hab nen Joke gemacht! Boah, Junge! Der Crow, Alter! Aufpassen muss! Der ist weg! Puh! Du! Du bist gegenseitig gekillt, Alter! Boah! Diese Baby, Alter! Was kommt hier mal? Gib mal weg, Alter! Gib mal sterben! Gib mal sterben, Baby, Alter! Ey, dieser Crow, so gibt... Ah! Du bist gar nicht tot! Du lebst noch! Fake News, Alter! Was erzählst du hier? Boah, ich spring jetzt in den Poco rein, Alter! Leg mich auf! Irgendwie weg mit Spiel! Egal! Was hat er da? Musik aktiviert, Alter! Was hat er da? Poco rein... äh... Pucke kriegen! Ja, stark! Wir müssen Pucke pushen! Jetzt! Die einzigartige Gelegenheit! Ja, werchen, werchen, werchen! Ja! Los, schnapp dir alles! Oh, hey! Broco, Broco, Broco! Hab ihn! Okay, let's go! Zieh ab, Wolfsüge, zieh ab! ZIEH! Woohoo! Ich bin so schlecht! Ah, ich bin froh! Wir sind so schlecht! Wir sind so schlecht! Wir legen sie in die 3, 2, 1... Schau! Der erste Game direkt hier rasiert! Na ja, da war ja gar nichts! Der ist hier alles gemacht! Ich musste nichts machen! Dann steht hier plus 20 Marken in 3 Minuten. Was ist das? Ja, dann kriegst du wieder neue Marken! Dann kriegst du es wieder auf! Hast doch noch nicht gemerkt! Du hast doch einmal nur 200 Marken! Okay! Gibt es dann immer keine Marken mehr oder was? Ja, wenn du jetzt, wenn ich jetzt noch... Wie viel hast du? 46... Der kriegt keine Marken mehr! Erst dann in 3 Minuten kriegst du dann wieder neue Marken! Was ist das denn, ey? Jaja! Er hat noch nie Brawl Stars gespielt! Du musst doch ja auch vollstände Boxen sammeln! Ich war auch immer nur ein Klogan, weißt du? Das reicht heute sozusagen! Aber ich... Ab geht's im Brawl Ball jetzt aus Yvonnes Sicht! Bitte enttäusch uns nicht! Ey, ich verspreche nicht! Ey, wir müssen... Ey, was soll das denn heißen hier? Wir müssen hier rasieren, Alter! Oh, okay! Geht schon schlecht los! Ey, Primo hat den Ball! El Holcino! Erstmal hinten rum, Bruder! Hinten rum, genau! Ich versuche die ein bisschen kaputt zu hauen! Sehr gut! Sehr gut! Oh Mann! Jo, was ist der Genie hier für ein Gadget! Hast du gesehen? Nee! Der hat mich einfach so... Oh! Oh! Was war los? Alle ausgetrickst, Alter! Holci ist einfach Topcorer! Das ist El Neymar, Alter! Boah, ich hab Brock den Stunt! Komm, Holci, lauf wieder durch! Oh, der zieh mich ran! Der dreckige... Der dreckige Dän ist das! Ich mach es auch nicht! Ey, die kommen alle! Nein, ich muss die aufhalten! Ich muss die aufhalten! Oh, okay! Okay, ich hab den Ball... Nicht, dass der dreckige Dän mich anziehen will... Hast du ihn? Oh, die Gadgets, die... Ich leh mich zur Augen! Ich komme! Hier, klappt was! Sehr gut! Ich mach alles kaputt! Hier, jetzt! Ich hab mich reingekommen! Yes! Es ist zu einfach! Die haben sich ja selber Opf genommen, Alter! Einfach zu einfach! Easy Money! Mega nice! Lasst ein Like da, Freunde! Ihr wisst Bescheid! Boah, das sind jetzt hier drei Wins... Das müssen wir jetzt auch... Drei Wins! Und dann drei Brawler! Let's go! Weißt du, was man in dem Modus machen muss, Holci? Ja! Hast du schon mal Bock, dass es nicht fehlt? Du hast doch einen an der Schraube, Alter! So eine Schraube locker! Deiner, Jungs! Und Mädels! Boah! Ach, der wird dort! Oh, Mann! Sieht gar nicht gut aus! Also, wir haben eine Schraube... Und die haben jetzt schon die erste Belagerung mit drei... Aber er ist nur ein Neuer! Ah! Quill' den doch! Hört doch eine Schraube, Mann! Ja! Hatte hier hinten eine noch Action! Jo, wir müssen jetzt den Roboter erstmal quillen! Action, Mäckchen, Schmäckchen! Tschau! Ja, das sieht gut aus! Tschau! Ja, das sieht gut aus! Na, 45% geschafft, man! Okay! Ich hab jetzt einfach alle Dinger bekommen! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Nur noch Gini liebt! Gini liebt! Gini liebt! Er liebt mich! Er liebt mich! Ah! Der hat mich gefasst, Mann! 3 zu 3! Der hat mich einfach hergezogen! Oh mein Gott! Nein! Es ist 4 zu 4! Nein, komm! Nein! Ich hab nein! Der hat mich hergezogen! Oh mein Gott! Das wird jetzt richtig eklig! Das wird jetzt richtig los! Das muss ja! Komm, ich mach hier das Feld! Komm, ich kann mich nur noch! Komm, wir das Feld holenziehen! Wenn wir jetzt einmal einen Daumen kriegen, dann schaffen wir es gleich! Schnell! Schnell! Ja! Oh nein! Wir sind alle hier und fangen an! Doch! 13%! Wir haben trotzdem schon wieder 2! Oh mein Gott! Geh durch die Mitte! Wir brauchen 10 Stück oder so, dann schaffen wir es! Oh ja! Ja! Und die dürften nicht durchlaufen! Wir schaffen das noch! Wir schaffen das noch! Nein! Die haben mich angezogen und umgebracht! Angezogen? Ja! Ja! Egal! Wir kriegen die so lange ab! Wir schaffen das! Wir schaffen die Belagerung! Aber die Frage ist, ob wir... Wir haben jetzt nur noch 20 Sekunden, in denen der Typ das da auch machen muss! Ja! Der schafft das! Ey Leute! Lasst jetzt einen Like, der Glocke an uns! Bitte! Oh mein Gott! Lauf! 70 Sekunden nur noch! Ich hau mit drauf! Nein! Ich bin schon! Komm! Hau! Komm! Action! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Was? Was passiert? Was machst du? Warum ist so ausreicher Wunden gegangen? Dieser Daryl hat auf uns geschossen! Der Daryl? Das ist der Rico! Das ist der Rico! Das ist Rico! Ey! Minus 3 Trophäen! Das tut weh! Das ist echt bitter, ey! Ich hatte schon 10.000 oder so! Ihr habt nicht genug Likes da gelassen auf dem Video, Freunde! Deswegen haben wir verloren! Jetzt aber! Mann! Gewonnen, Alter! Bäh! Dein... Irgendwas, das stinkt einfach nach Kappel! Haha! Also, ich war gut! So, okay! Ich hab den Bull gebullt! Die ersten Belage haben wir uns! Ja, wir wollen es dir! Genau so! Und nicht Andreas! Jetzt haben wir sie! Jetzt haben wir sie da, wo wir sie haben wollten! Ah! Effe tschau! Effe tschau! Jetzt hab ich da mein Feld auf einmal einer Köln-Basis rein! Auch sonst haben die direkt gefehlt! Egal! Aber Ablenkung! Weil jetzt kommt unser Roboter und macht Tschung 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 Tschung! Gegen seinen Tempstule als gegen den Busch! Nee! Digga! Der macht ja kaum Schaden, Alter! Egal! Wir haben trotzdem schon zwei! Schrauben! Schrauben! Hint mal hin, schon mal richtig! Habi habi! Oh, Schwinge, Mann! Vier Schrauben! Ja, das ist doch unser Game! Das ist doch unser Game! Habi habi alle! Habi habi! Nein! Das ist wirklich unser Game, Alter! Was ist da los? Das eben waren Fehler in der Matrix! Ja, wir haben aus der Niederlage gelernt! Jetzt wird er schaunisiert, Alter! Ja, ihr kleinen Muckis, Alter! Nein, ihr Dornes! Guck mal, jetzt hier das Feld! Und jetzt machen wir das alleine da! Und im Alleingang der Roboter und ich! Weil ich bin ja auch ein Roboter, Alter! Zack, Zack, Zaggedibab! Was soll denn der Kack, Alter? Egal, egal! Wir haben wirklich eine einzige Schraube die wir bis jetzt sammeln können, Alter! Wenn die jetzt wieder die welche bekommen... Nein! Nein! Wenn die jetzt einen Roboter kriegen, Alter, und uns Bachmann... Niemals! 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 Oh Gott, ich bin so langsam! Ich komm nicht nach vorne! Hier, ich helf euch! Okay, okay! Eigentlich können wir... Jetzt haben wir gewonnen! Wir haben schon gewonnen! Wir können nichts mehr machen! Wir können nichts mehr machen! Ja, wir müssen nichts mehr machen! Wir haben schon gewonnen! Ja, okay! Das können wir wirklich... Ich glaub, ich will den noch Daumen kriegen, Alter! Komm! Lass ihn... Jawoll! So! Wie? So sieht das aus! Genauso! Und nicht anders! Und jetzt wollen wir mal sehen, ob Heuzi irgendwas kriegt aus seinen Boxen! Inschallah! Okay, 27 Boxen! Wenn jetzt nichts dabei ist, dann fährle ich ein Wesen, Alter! Okay, geht schon mal gut los! Das muss eigentlich sein! Ganz ehrlich! Komm schon, jetzt dann! Ich kriege das aus! Perfekt! Kann doch nicht sein! Kann doch nicht sein! Kann doch nicht sein! Kann doch nicht sein! Okay, tut mir leid! Nebst du Skincon? Auf jeden Fall! Ohhhh! Ohhhh! Ich krieg schon mal! Ja! Oh, ich will noch ein Bärchen! Für Bärchen! Für Bärchen! Ich kriege jetzt hier noch einen Brawler! Ich kenne doch einen Brawler! Ich kenne doch einen Brawler! Ich kenne doch einen Brawler! Okay! Nein! Nur eine große oder zwei kleine! Eine große Boxi! Eine große Boxi! Eine große Box! Ey! Bitte große Box! Komm schon, Alter! Das kann nicht sein! Ciao, Alter! Oh mein Gott! Immerhin ein Geldschiff für Bärchen bekommen! Ja, aber ist auch so! Bärchen! Ist okay! Bärchen! 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 Vielleicht kriegt Larsa mal endlich einen neuen Brawler! Insha Allah! Hoffentlich! Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, Corona kickt uns in den Ass.